Ein Ford Transit-Hustum steht hier zum Verkauf. 9 Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen-Bindplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, Start-Stop-Automatik, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. trip Untertitelung des ZDF, 2020